Ihr Leben steht Kopf. Im März wurde Let's Dance-Paar Valentin und Renata Lusin Eltern ihrer Tochter Stella. Let's Dance. So glücklich sind Renata Valentin Lusin nach der Geburt ihrer Stella. Das Tanzen ist die Berufung der beiden Let's Dance Profitänzer. Doch Renata, 36, und Valentin Lusin, 37, haben ihre zweite Leidenschaft entdeckt. Eltern zu sein, macht ihr privates Glück nach mehreren Fehlgeburten einfach perfekt. Im März erblickte ihr Baby das Licht der Welt. Gern zeigt die frischgebackene Mama im Internet ein süßes Foto ihrer Tochter Stella. Unser Superstern schreibt Renata dazu. Die Fans bekommen jedoch nur einen Blick auf die braunen Haare des süßen Mädchens zu sehen, denn das Gesicht verdeckt die Wahl Düsseldorferin mit einem passenden Stern-Emoji. Tochter Stella ist das größte Glück auf Erden. Die zweifache deutsche Meisterin kann ihr Glück nach drei Fehlgeburten, und trotz einer schweren Geburt kaum fassen, dass sie gesund rauskam, dass sie so groß ist, tapfer und so hübsch. Einfach unglaublich! Zwar hält die Kleine die beiden Let's Dance Stars mächtig auf Trab, aber umso mehr genießen die Eltern die gemeinsamen Kuschelstunden. Ich bin gerade der überglücklichste Tänzer der Welt, verkündete Valentin Lusin, der seit dem 5. April schon wieder für Let's Dance auf dem Tanzparkett stand, stolz. Gerade erst teilten er und Renata Lusin bei Instagram einen neuen, zuckersüßen Schnappschuss mit Baby-Steller. Wie beschreibt man das größte Glück auf Erden? Jetzt wissen wir es. Engel sollen sich beschützen und begleiten, schrieb das Paar zu dem Foto, welches sie mit ihrer Tochter in den Armen zeigen. Wie schön! Die Leistungen ihres Mannes und seiner Tanzpartnerin Ann-Kathrin Bendixen, 24, verfolgt die 36-Jährige aber natürlich trotzdem weiterhin, nur eben vom Sofa aus.